Guten Abend nach Böblingen. Ich bin Luan Krasnitschi und dürfte schon Gast in diesem Kino sein, bei der Business-Wochen für die Region Böblingens, als ich auf Einladung von Volker Siegle zur Lage im Kosovo und der Arbeit für das SOS-Kinderdorf gesprochen habe. Die derzeitige Situation in der Ukraine ist kaum in Worten zu fassen. Und so schlimm die Situation auf einer Seite ist, so stolz und dankbar kann die Welt sein für Ihre Unterstützung. Mit Ihrem Besuch der Klitschko-Benefizvorstellung in den Böblinge-Kinos unterstützen Sie Kinderhilfsprojekte in der Ukraine. Mit den beiden Klitschko-Brüdern verbindet mich sehr viel. Fast ein halbes sportliches Leben. Lassen Sie sich empfehlen vom Leben, meine Freunde Vitali und Lade mir begeistern. Die nicht nur im Boxring besondere Menschen sind, sondern vor allem jetzt den schwersten und wichtigsten Kampf ihres Lebens bestreiten. Vielen Dank für Ihre Hilfe und gute Unterhaltung beim Film. Ihr Luan Krasnitschi